Herzlich willkommen auch die Aufzeichnungszuschauer. Erster wichtigster Hinweis, wie immer, rufen Sie die Seite nexts4f.de auf unsere Homepage und da finden Sie nämlich den Zugang hier zu unserem gesamten Studium, denn das setzen wir voraus, denn wir können nicht in jeder einzelnen Kurzvorlesung unserer Universität, können wir nicht jedes Mal die ganze Geschichte, die man kennen muss, wenn man die Welt verstehen will, von Entstehung des Universums bis heute, wenn man da kein klares realistisches Bild hat, wird man in der Politik und überall und als Mensch wird man immer daneben liegen, weil wir leben im Zeitalter der Irrtümer, im Zeitalter des Tauschhandels, der sozialen Marktwirtschaft, des Kapitalismus und die besteht zu 99% aus Irrtümern bei allem, was das Wichtige anbelangt. Und von daher heute unsere heutigen Themen, also und es gibt dann noch ein paar, zwei kleine wichtige Neuinformationen aus der Welt der Spitzenwissenschaft. So, unsere, die letzte echte Universität der Welt. Was hier jetzt passiert ist, ist mir allerdings ein Rätsel. So, das ist mir jetzt gerade ein Rätsel, was hier passiert ist. Also, wir beginnen mit unserer heutigen Vorlesung. Und was geht da? Der Ton wieder. Ja. Lösung für alles. Und zwar fange ich mal an, hier hinten zu lesen, mit dem hinteren, der gefällt mir eigentlich am besten, der Titel. Oh, das ist gar nicht so leicht, das so zu rücken. Also, die Lösung für alles und die Theory of Everything, also die Theorie von allem, nicht nur auf die Physik bezogen, sondern auf dieses ganze Universum, ist tatsächlich, dass wir die Gemeinwohlökonomie nach Christian Felber mit der Gemeinwohlwirtschaftsordnung GWO von den Next Scientists for Future vom Weltrat, dass die an einem runden Tisch in Professor Sir Karl Popper Talks ist gleich Falsifizierungen, ist gleich Falsifizierungsversuchen, wechselseitigen Falsifizierungen mit Redezeitkonten, dass wir nur so mit der Menschheit überhaupt noch jemals weiterkommen. Ja? Also, solange wir gegen Professor Sir Karl Poppers Falsifikationismus verstoßen, nämlich nicht hingehen und sagen, ich lade die Welt ein, eigentlich müsste jetzt auf jeder Homepage innerhalb der nächsten Sekunden eingetragen werden, auch wir laden die ganze Welt ein. Sagt uns, wo wir uns irren und wir sagen euch dann, wo wir meinen, dass ihr euch irrt. Ohne diese Ebene der wechselseitigen freundlichen Falsifizierungsversuche, gibt es keine Weltverbesserung. Denn im Moment predigen hunderte verschiedene unrealistische Lösungsansätze, predigen von der Kanzel ihre Lehren und das bringt überhaupt nichts. Es tut sich gar nichts. weil jede dieser Lehren unrealistische Anteile hat und nur die GWÖ-GWO-Kombination beziehungsweise Diskussion sozusagen mit einer der großen Parteien oder vielleicht dann auch mit der neuen kleinen Parteienpartei, der Partei des Gemeinwohls oder vielleicht im Rahmen des Wahlbündnisses aus 200 oder 200 Gruppierungen zusammengesetzt. Da liegt die einzige Chance der Menschheit. Ja? Also, die Lösung für alles und gleichzeitig die Theorie of Everything kommt raus aus der GWÖ-GWO-Diskussion. Denn die GWÖ zeigt ja auf, wie vor 400.000 Jahren, ab dem Tag der Erfindung des Tauschhandels und der ersten tauschhandelnden Person der Menschheit. Seitdem war die Welt verloren. Wir haben die Büchse der Pandora geöffnet. Alle Übel der Welt sind so aufgekommen. Und Redezeitkonto, wir haben jetzt im Moment sieben Uhren, weil es vielleicht nicht sinnvoll ist, wenn 20 Leute miteinander sprechen und dann 20 unterschiedliche Konzepte sagen, Wechsel. Ich glaube, da haben sie sich gerade geirrt, weil das wird vielleicht unübersichtlicher. Also Zweier, Dreier, Vierer, Fünfer, Sechser, maximal Siebener Gespräche könnten erst einmal ausreichen. Wir sollten erst mal gute Zweier, Dreier, Vierer Gespräche hinkriegen als Menschheit. Und dann wird das nicht so unübersichtlich von der Verschiedenartigkeit der Konzepte. Und alle Konzepte der Welt sind herzlich eingeladen, die GWÖ-GWO-Kombination und Diskussion anzugreifen und zu attackieren und zu sagen, wo sie sich irren. Das Schöne ist, dass wir also wissen, dass wir nicht mehr unendlich suchen müssen, sondern dass wir wirklich sagen müssen, Leute, kommt zu uns und sagt uns, wo die GWÖ-GWO-Kombination ein Irrtum für die Menschheit wäre. Und dann sagen wir uns, wo sie sich wahrscheinlich irren, weil sie das falsch sehen. Denn wir vom Weltrat Next Scientists for Future sehen nur diese Möglichkeit als die einzige für die Menschheit. So, dann lese ich doch mal die anderen noch vor hier. Also, Lösung für alles, Lösung für alles, Theory of Everything ist Gemeinwohlökonomie, Gemeinwohlwirtschaftsordnung, ein Wort, Falsifikations-Talks. Ja, und dazu laden wir sie herzlich ein. Und die Tatsache, dass sie dieser Einladung nicht folgen, zeigt, dass die Menschheit praktisch verloren ist. Denn der einzige Ausweg wäre, dass wir nicht nur, wenn wir hoffentlich irgendwann den Termin mit dem Vizekanzler Dr. Robert Habeck bekommen sollten, wir wissen nicht, ob der noch kommt. Wir hoffen können nur hoffen und beten, dass er doch noch kommt. Spät, aber besser als nie. Und dass wir dann die ganze Welt beginnt, immer nur zu diskutieren, GWÖ-GWO ist diese Kombination schon das Ideale für die Menschheit. Und wir sind sicher, dass es das Ideale ist. Und ja, und dadurch, dass Sie alle das nicht auf Ihren Homepages stehen haben oder Sie alle als Menschen das Gespräch scheuen und damit sozusagen Ihre Irrtümer, mit denen Sie unterzogen wurden, der Gehirnwäsche, Manipulation, Propaganda, Werbung durch parasitäre Meme, Killerviren des Geistes, irrationale Kognition, kurz Vorteilbringende Irrtümer, irgendwelcher Sparten, besonders Ihre eigenen Sparten, dadurch, dass Sie nicht mit uns sprechen, alle nicht miteinander sprechen über das Thema, wie können wir die GWÖ-GWO-Kombination falsifizieren, wie können wir die widerlegen, wo sind da vielleicht Irrtümer? Gibt es irgendein besseres Konzept? Ja oder nein? Ohne, dass wir darüber sprechen, kann sich in dieser Welt nichts tun. Man kann es so sagen, vielleicht hat der Kapitalismus es einfach geschafft. Einerseits, jetzt gehe ich gerade nur noch mal auf die letzte Formulierung über, dann zeige ich Ihnen, was der Kapitalismus vielleicht geschafft hat. So, ach, das hättest du auch so lassen können. Also, die Lösung für alles und die Theorie für alles ist Gemeinwohlökonomie, Gemeinwohlwirtschaftsordnung, Sir Karl Popper Talks. Das sind jetzt nur drei unterschiedliche Überschriften, die den drei verschiedenen Ausstrahlungen sozusagen dieser Sendung gebracht werden. Damit ist alles gesagt und jetzt gehe ich mal wieder auf unsere Schaubilder hier und dann wollte ich zeigen, vielleicht hat der Kapitalismus, ich weiß gar nicht, ob das, wie das zustande kam, genau, spielt auch keine Rolle. Fakt ist, dass es so ist. Und zwar genau so ist das also. Sozusagen, na, ich laufe mal da schnell durch. Ja, ich laufe mal im Schnelldurchlauf durch. Dass der Kapitalismus es geschafft hat, zwei Dinge zu erreichen. Dass er geschafft hat, dass in den letzten 40.000 bis 100.000 Jahren, die Zahlen schwanken, wir 200, ein ganzes Bierglas 0,2 Liter gehirngrößenmäßig dümmer geworden sind in nur 40.000 bis 100.000 Jahren. Die maximale Laufzeit des Tauschhandels ist ja so circa 400.000 Jahre, um die 400.000 Jahre. Und bis dahin ist das ganz Selbstverständliche passiert, dass wir als Gehirntiere natürlich ständig ein Wachstum der Gehirngröße hatten, spätestens seit der Erfindung der Technik. Denn für den Umgang mit der Technik brauchen wir immer größere Gehirne, nicht kleinere Gehirne. Und stattdessen hat der Kapitalismus es geschafft, dass wir verblöden auf der einen Seite, schon von dem Gehirn her, vielleicht spielt da auch der toxische Einfluss, die Vergiftung der Gehirne eine gewisse Rolle, also Genetik und Gehirne und Gifte. Da wird gesagt, bis vor 100.000 Jahren, wir sagen so vor 40.000 Jahren, irgendwo da mag begonnen haben, dass wir verblödet sind, genetisch und toxisch. Denn auch die Verschlechterung der Ernährung wird sich auch schon auf das Gehirn ausgewirkt haben. Also hier die Degeneration der Menschheit. Da sind wir, wir sehen ja den Wendepunkt vor 40.000 Jahren, vor 0,04 Millionen Jahren. Aber über Zahlen streiten wir da gar nicht. Wir freuen uns, dass das so schön aufgegriffen wird von anderen Wissenschaftlern ja auch schon behandelt wird und so weiter. Ja, und das bedeutet, und das Zweite, was es geschafft hat, ist, dass wir nicht mehr miteinander reden. Dass wir Sir Karl Popper quasi sträflichst verraten haben und quasi da in dem Sinne, ja, also letztendlich alles verraten haben, was hätte die Grundlage von echter Wissenschaft sein sollen. Ja, und so sind wir jetzt, laufen wir als verblödete Anzugträger herum mit immer kleiner werdenden Gehirnen. Und nur diese GWÖ-GWU-Diskussion im Sinne von Professor Sir Karl Popper mit den Redezeituhren, mit den Redezeitkonten. Wir schlagen ja vor, dass jeder der Talk-Beteiligten ein Redezeitkonto von 5 Minuten bekommt. Und dann heißt es, Wechsel 3, dann wird die Uhr geschaltet, alle anderen Uhren gestoppt oder die andere Uhr gestoppt. Und dann wird die dritte Uhr angestellt und dann läuft dieses Zeitkonto wieder weiter runter, bis dann der Moderator pipipip ruft und damit sozusagen die Uhr, die Zeit abgelaufen ist, das Konto dieser Person leer ist. Und dann bei der nächsten Runde kriegt sie dann wieder 5 Minuten Redezeit. Wir haben das jetzt schon ein bisschen erprobt, das funktioniert sehr gut. Aber es braucht natürlich das, da gehe ich jetzt doch nochmal zurück auf die Homepage hier. Es braucht eben auch, sagen wir mal so, es hat keinen Sinn, mit Menschen zu reden, die erstens die Welt gar nicht verbessern wollen und zweitens eben nicht faktenorientiert sind, sondern glaubensorientiert sind, also es hat natürlich nur Sinn, mit Menschen zu sprechen, die jederzeit bereit sind, ihr Weltbild aufgrund neuer Fakten abzuändern. Das ist bei glaubensorientierten Menschen definitiv nicht der Fall. Da geht es darum, jenseits und gegen alle Fakten der Welt sozusagen trotzdem einfach die Irrtümer beizubehalten. Ja, also und hiermit verabschiede ich als erstes, winke, winke, klassisches Winken, die Aufzeichnungszuschauer. Tschüssi!